Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich schlage ganz wörtlich verstanden ein neues Buch auf von Pater Dr. Jörg Müller. Es hat den Titel Verwünscht, Verhext, Verrückt oder etwas? Gibt es dämonisch bedingte Störungen? Wie gehe ich mit ihnen um? Neue Erkenntnisse. Der Mann hat den Vorteil, dass er zwei Studiengänge hat. Er ist Psychologe, er ist Theologe und genau das wird hier gebraucht. In der Einleitung schreibt er, da sitzt eine schwarz gekleidete Frau von mir in meiner Praxis. Sie gibt vor, meine Bücher zu kennen und will mich nun einmal persönlich sehen. Mir ist nicht ganz wohl. Ich empfinde eine intuitive Abwehr. Am Ende des Gesprächs erreicht sie mir eine Pralinen-Schachtel als präsent. Dabei rutscht die Ärmel etwas zurück und erkennt das Baphomet-Zeichen als Tätowierung auf dem Unterarm. Es ist ein fünfzeigiger Stern, der den Kopf des Ziegenbocks andeutet. Zwei Hörner, zwei Backenknochen, Bart. Sie kennen das ja von vielen Darstellungen. Außerdem stelle ich fest, dass das Zellophan-Papier auf der Pralinen-Schachtel fehlt. Sie wurde also geöffnet. Als die Frau das Haus verlässt, kann ich noch gerade das Autokennzeichen erkennen, auf dem die Zahl des Antichristen steht, 666. Mir war klar, wer mich hier besuchte, das Mitglied einer Satansgruppe. Vermutlich wollte sie mich mittels dieser Pralinen-Binden eine Kontaktmagie herstellen. Es ist weiter nichts passiert. Und da ich keine Angst vor solchen Leuten habe, war der Vorgang rasch vergessen. Ich frage mich jedoch, was mit Leuten geschieht, die nach einem solchen Besuch Angst bekommen und nun auf das Schlimmste gefasst sind. Möglicherweise sind sie verführt, jedes Missgeschick und jedes Leid, das sich nun in den nächsten Tagen einstellt, als Folge dieser Begegnung zu sehen, vielleicht sogar einem Fluch vermuten. Doch die Dinge sind nicht immer so teuflisch, wie sie manche sehen wollen. Darüber will ich in diesem Buch sprechen. Gibt es den Teufel? Mir scheint, dass die Bereitschaft an die Existenz satanischer Mächte zu glauben abnimmt. Man ist bereit, das Böse anzukönnen, aber nicht den Bösen, auch unter Theologen. Gleichzeitig nimmt der Engelsglaube zu. Viele berichten über ganz persönliche Erlebnisse mit Engeln. Der einschlägige Büchermarkt boomt. Tauchen Berichte über dämonische Erlebnisse auf, werden sie gleich in Frage gestellt. Wie ist dieser Widerspruch zu verstehen, dass einerseits Dämonen nur innerselische Kräfte darstellen sollen, andererseits Engel als personelle Wesen akzeptiert werden? Die Dämonen sind die Sklaven Satans und die Engel die Diener Gottes. Aber von Dämonen will kaum einer etwas wissen. Ist es Angst? Assoziieren wir den Teufel mit der lächerlichen Figur aus dem Kasperletheater? Haben wir Beweise für die Nicht-Existenz dämonischer Wesen? Oder ist der Gedanke von einer innerselischen negativen Dynamik einfach sympathischer, weil moderner? Das Vierte Lateralkonzil 1215 verkündet feierlich, Der Teufel und die anderen Dämonen sind von Gott, ihrer Natur nach, als gut geschaffen worden, aber sie sind durch sich selbst böse geworden, also abgefallene frühere Engel. Papst Paul VI. sagt in einer Rede vom 15. November 1972, Der Rauch Satans ist bereits in die Kirche eingedrungen und Wer sich weigert, die Existenz dämonischer Wesen anzuerkennen, verlässt den Bereich der biblischen und kirchlichen Lehre. Zitat Ende Nun kann man entgegnen, dass wir heute aufgeklärt sind und das Reden Jesu vom Teufel als eine zeitlich und kulturell bedingte Aussage begreifen dürfen. Die Besessenen waren krank, hatten psychotische oder dissoziative Störungen oder anderweitige Traumata. Es sind Bilder, Schiffren, Zeichen. Die Befürworter dieser Denkweise nehmen zu, darunter auch Bischöfe. So stecken wir nun in einem Dilemma, das der französische Theologe René Laurentin so formulierte, Jene, die überall den Teufel sehen, sind gegen jene aufgebracht, die ihn nirgends sehen. Und jene, die ihn nirgends sehen, sind voll ironie gegenüber denen, die ihn überall sehen. Zitat Ende Das eine kann niemand leugnen. Es gibt Strukturen des Bösen in der Welt, im Denken und Tun des Menschen, die sich nicht allein durch diplomatische, militärische oder psychologische Mittel beseitigen lassen. Hier bedarf es der Gebete und Anrufung Gottes. Ein schwerwiegendes und belastendes Wort, Doppelpunkt, Exorzismus Was sich die Medien in Bezug auf Teufelsaustreibung in den letzten Jahren leisteten, war alles andere als seriös und fachlich richtig. Aber auch die Kirche hat Fehler gemacht. Ein Fehler bestand schon darin, dass man versuchte, dieses schwierige Thema auf eine halbe Zeitungsseite oder eine kurze Talkshow zu pressen. Das konnte nicht gut gehen, weil Differenzierungen und wichtige Details keine Chance hatten. Ich selber bin unzählige Male von den Medien interviewt worden und musste erkennen, dass das Ergebnis immer falsch war. Journalisten standen ständig in der Versuchung, dieses schwefelriechende Thema dramaturgisch aufzumotzen und unübliche, spektakuläre Fälle einseitig anzubieten. Kirchliche Vertreter waren versucht, alles abzuwirken und dadurch das Interesse noch mehr zu schüren. Die Not ist groß. Er erhalte immer noch jeden zweiten Tag Anfragen von hilfesuchenden Menschen, die bei kirchlichen Ämtern abblitzen und dann ins Ausland gehen, um dort fündig zu werden. Oder sie werden in die Psychiatrie geschickt. Während der Papst Priester im Befreiungsdienst ausbilden lässt, liegt in Deutschland so ziemlich alles brach. Das hat etwas zu tun mit dem inzwischen unbrauchbar gewordenen Begriff Exorzismus und den unguten Schlagzeilen. Man assoziiert einschlägige Filme und fatale Praktiken. Daher plädiere ich für die Abschaffung dieses Wortes und schlage vor, künftig nur noch vom Befreiungsdienst zu sprechen. Es ist umfassender und versöhnlicher. Des Weiteren ist es dringend geraten, diesen Dienst, sofern er schwerwiegende Fälle betrifft, immer nur im Team zu vollziehen. Also mit Ärzten bzw. Therapeuten ab nie im Alleingang. Im anderen Diözesen ist das vorgeschriebene Regel und ich finde das auch gut, dass nicht nur der Priester allein dann an diese Dinge herangeht, sondern ausgebildeter Psychotherapeut mit dabei ist. Die Gebete sollten niemals laut gesprochen werden, weil sonst möglicherweise Symptome suggestiv provoziert werden und der Betreffende die vermutete Diagnose einer dämonischen Belastung verinnerlicht. Der pastorale Dienst am Hilfesuchenden ist diskret und empathisch zu leisten. Er läuft meistens ruhig ab, ja bisweilen so geradezu langweig und ermüdend, nur ganz selten spektakulär, also dass dann die Leute komplett ausrasten, schreien, in fremden Sprachen reden, Kräfte an den Tag legen, die vollkommen übermenschlich sind. In meinem Urlaubsort in Italien, wo ich früher war, habe ich das erlebt, weil der dortige Pater der Exorzist der Diözese war. Da sind manchmal Leute gekommen, die konnten nicht einmal für erwachsene Leute, es waren zierliche Frauen darunter, noch bändigen. Also die hatten unvorstellbare Kräfte und haben in allen Sprachen auch, auf denen man sie gefragt hat, antworten können, obwohl sie die Sprachen nie gelernt haben. Also diese Dinge gibt es tatsächlich. Früher Missbrauch als Ursache von vermeintlicher Besessenheit. Man hat in diesen letzten Jahren dazugelernt. Was früher noch als dämonische Besessenheit geglaubt wurde, wird heute in großen Teilen erkannt als Folge sexuellen, psychischen und emotionalen Missbrauchs, als Folge anderer schwerer Traumata. Das ist nicht immer so, aber häufiger als man vermutet. Ein Teil der mehr anrufenden Menschen weiß nichts von einem Missbrauch, er wurde verdrängt, ausgeblendet. Jedoch sprechen die Symptome allzu oft eine eindeutige Sprache. Typisch sind Aussagen dieser Art wie Ich habe das Gefühl von einer fremden Macht gesteuert zu werden. Ich sehe manchmal Fratzen und dunkle Gestalten im Zimmer. Ich fühle mich berührt, manchmal sogar an den Genitalien. Da ist eine Stimme, die mich bedroht. Sie fordert mich zu sexuellen Handlungen auf oder zum Suizid. Ich fühle mich fremd und beobachtet. Ich kann nicht mehr beten, muss Gott verfluchen, alles Reagöse widert mich an. Tatsächlich bejahen die meisten einen Missbrauch in frühen Jahren. Ein solches Trauma ist immer mit großer Angst und Panik verbunden. Später kann auch Wut auf den Täter hinzutreten. Diese Gefühle sind so intensiv, dass sie abgespalten werden, um daran nicht zugrunde zu gehen. Nach Jahren noch können diese abgespaltenen Emotionen Schäden anrichten. Sie erzeugen die oben genannten Symptome. Der Täter ist im Unterbewussten immer noch präsent, jedoch aber von außen jetzt als projizierte, dissoziierte Fratze, Stimme, Empfindung, Schatten, Gestalt aktiv. Soweit diese Ausführungen. Sie merken, das ist sehr wertvoll, wenn da jemand, der auf beiden Gebieten fit ist, ausgebildet worden ist, also auf dem Gebiet der Theologie und der Psychologie, um das entsprechend auch einsortieren zu können. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Du bist 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 du Vielen Dank.